Meghan Markle, Lebenslauf aufgetaucht! Meghan Markles besondere Fähigkeiten Und gute Rollen zu ergattern, müssen sich Schauspieler interessant machen. Deshalb sind vor allem die SIS, eine Liste an besonderen Fähigkeiten, im Lebenslauf von Schauspielern so wichtig. Schenkt man ihrem CV-Glauben, ist Meghan Markle, 36, besonders vielseitig talentiert. Das Klatschportal TMZ hat einen Lebenslauf der frischgebackenen Verlobten von Prinz Harry, 33, in die Hände bekommen und veröffentlicht, was für seltsame Dinge darin aufgezählt sind. Demnach ist Markle offenbar nicht nur in diversen Sportarten wie Golf, Baseball, Schwimmen, Reiten, Snowboarden und Stabdrehen versiert, sondern auch in drei verschiedenen Tanzrichtungen. Auch musikalische Talente schlummern in ihr, Markle kann singen, Pop und Chor und Reh, und spielt sowohl Gitarre als auch Schlagzeug und, natürlich, Handzimbel. Mehan, die Strepperin? Young Liren gehört ebenfalls zu den Talenten der Suits-Darstellerin wie Ken Nisso als Deod und Masörin. Am bizarsten dürfte aber die Bezeichnung Strepperin sein, die sich ebenfalls unter ihren besonderen Fähigkeiten findet. Nun sind Stiches wohl der Teil im Lebenslauf eines Schauspielers, in dem am meisten gelogen wird. Schließlich lässt sich eine Rolle in einem Kostüm-Drama leichter ergattern, wenn man bereits reiten kann. Da in vielen Filmen getanzt wird, dürfte sich irgendeine Form von Tanz sicherlich auf den meisten Lebensläufen in Hollywood finden, unabhängig davon, wie gut die Kenntnisse tatsächlich sind. Dennoch sollte Harry seine Oma, Queen Elizabeth E. 91, diesen Teil von Markles Karriere-Liebe vorenthalten.